Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, mein Name ist Frank Saba. Ich spiele beim TSV Uetersen und stelle euch heute meine Top 3 Flops mit den Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, vor. An dritter Stelle Raphael Friedrich vom TSV Uetersen gerade. Er ist unser Rechtsverteidiger und Raphael, ich weiß manchmal nicht, was du machst, aber du schießt die Bälle in die Wallachai, das ist unglaublich. Und dann schießt du Tore, kann sich kein Mensch denken. Das ist echt unglaublich. Auf der 2 habe ich Klitze von BU. Ich weiß nicht, wie du in der Oberleer geschehen kannst, Klitze. Auf jeden Fall bist du ein korrekter Typ. Aber Fußball ist überhaupt nicht dein Ding. Und ja, es war auf jeden Fall schon sehr witzig, mit dir in einer Mannschaft zu spielen. Und auf der ersten Stelle habe ich Stefano Avarello. Stefano, du weißt selber, dass Fußball überhaupt nicht dein Ding ist. Du hast zwei linke Füße und kannst nur laufen und manchmal läufst du sogar weiter, obwohl der Ball schon im Aus ist, läufst du dem Ball hinterher und bist schon fast am Zaun. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr witzig mit dir und wenn ich dich sehe, freue ich mich jedes Mal, wenn ich dich auf dem Platz sehe. Ich hoffe, dass du bald wieder gesund wirst und ja, das waren meine Top 3 Flops. Teuer wird's nur, wenn sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. M Hussein